Weil wir sowieso schon mal in Washington sind, können wir uns ja schon mal in Richtung Nemesis-Teile bewegen. Und da habe ich mir auch schon ein paar Notizen gemacht. Und zwar, und zwar gibt es hier einiges zu tun, um uns Richtung Nemesis zu bewegen. Allen voran steht hier bei mir auf der To-Do-Liste Tidal Basin. Hier diesen Stützpunkt, den ich gerade auf diesem Weltenrang wahrscheinlich nicht betreten kann. Ähm, oder? Ne, der ist gerade mit einem Schloss markiert. Und damit dieses Schloss weg geht, müssen wir Roseville Island absolvieren. Da ist auch ein Schloss, okay. Und für Roseville Island müssen wir nach oben, Regierungsbunker, Lincoln Memorial und Potomac Event Center. Das wäre hier und da drüben tatsächlich. Okay, gibt es irgendeinen Einsatz, irgendeinen Standort, den ich direkt machen kann und mit dem ich mich dann Richtung Nemesis bewege? So, das nächste wäre hier Kapitol. Da bekommen wir den Lauf von der Nemesis. Wo ist das Kapitol? 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 Ach, da ist das Kapitol. Sehr schön. Aber da sind gerade die True Sons und die True Sons sind nicht die Black Tusk. Und demnach ist das Teil hier richtig nicht im Invasion Modus. Okay, cool. Gut zu wissen. Dann müssen wir das erstmal aufschieben, das Kapitol und den Lauf. Den Bolzen gibt es in Roseville oder auf Roseville Island. Da wissen wir ja schon, wie wir da hinkommen. Da haben wir auch einiges zu tun. Okay. Zweibein. District Union Arena. Wo ist District Union Arena? Arena, Arena, Arena. Na, wo befindet sich das Dingeling? District Union Arena. Sehr schön. Aber hier sind gerade die Hyannas. Können wir also auch aufschieben. Aber dann gibt es ja noch die Blaupause. Die Blaupause. Im Grand Hotel Washington. Hier. Hyannas. Okay, also bleibt uns theoretisch gerade nichts anderes übrig, als die Bedingungen zu spielen für Roseville Island. Und wir fangen an mit dem Regierungsbunker. Oh, da sind sogar gerade die Black Tusk. Aber das hilft uns herzlich wenig. Weil da bekommen wir jedenfalls keine Nemesis-Teile. Aber wer weiß, was wir da bekommen. Ich markiere mir das mal, das Dingeling. Und, äh, guck mal. Schwierigkeitsgrad machen wir mal herausfordern. Das ist ja quasi das Äquivalent von, von Alarmstufe 3. Und das kann man ja noch spielen. Wir sind vorbereitet. Wunderbar. Ausgewählt ist er. Bleibt der Schwierigkeitsgrad auch so. Jo, wunderbar. Dann eben, dann eben den Regierungsbunker. Oh, ich freue mich. Endlich mal wieder Washington. Die vermüllten Straßen von Washington D.C. Und ich sehe oben noch ganz viele Sachen, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Die sind wahrscheinlich mit Warlords of New York hier dazugekommen. in meiner Version des Spiels. Aber, naja, das, da gucken wir später mal rein. Wir haben, äh, die Todesbraut. Meine M44-Spezialversion. Und natürlich den Granatwerfer. Und, ach ja, genau, wir sind auf Stürmer. PS, neue Aufnahme, neues Glück. Und das wird schon, ne? Das wird schon, haben wir, haben wir Slotplätze frei. Naja, gut, zur Not müssen wir halt Sachen zerlegen. Dann wollen wir mal rein in die gute Stube. Den Bunkereingang erreichen. Und hier geht's schon direkt los. Oh, die leuchten ja. Wie verräterisch. Ne, ich werde Geschützi erst ein bisschen später abwerfen. Wobei. Wir können ja auch schon mal reinschleichen. Nur so ein Stückchen. Das ist echt verräterisch. Das wissen die natürlich sofort, dass wir hier sind. Granata. Scharf, Schützi. Flup. Nice. Cool. Stückchen für Stückchen. Nicht vergessen, wir spielen auf dem herausfordernden Schwierigkeitsgrad. Das schon nicht ohne. Cool. Jo. Nice. Kann ich diese Cubes nicht durchballern? Das ist ja schon ganz cool eigentlich. Geschützi. Beballer ihn doch mal vernünftig. Ich hab dir extra ein Ziel gegeben. Aua. Na, vorsichtig. Hey. Bleib mal draußen, mein Freund. Mhm. Mhm. Geht doch. Geht doch. Scheibchen für Scheibchen. Die Salami-Technik. Wow, weg. Granate. Na. Okay. Okay. Meine noch nicht. Meine ist noch gut gefüllt. Aber wir müssen sehr sparsam sein. Nicht die Direktive aus dem Hinterkopf verdrängen. Oh. Oh. Nein. Hey. Wow. Ah. Das ist giftig, ne? Super giftig. Tränengas. Willst du das? Tränengas. Ich glaube wohl nicht. Oh nein. Nein. Die kommen jetzt, ne? Das Tränengas verzieht sich. Wir müssen warten. Ein paar lange Sekunden. Ohne Geschütze. Die ist sehr, sehr einsam. Sehr einsam. Weg. Weg. Hier sehe ich keinen mehr. Schade, schade, schade. Na. Geschütze wieder platzieren. Geschütze wieder platzieren. Ein bisschen höher. Genau. Das Geschütze vielleicht so ein bisschen über die Deckung schießen kann. Verzieh dich, Gas. Schön. Einfach nur schön. Aber das wird, das wird eine lange Mission, ne? Wir hätten vielleicht für die, für die, ähm, Voraussetzungsmission für Roosevelt Island hätten wir vielleicht schwer nehmen sollen. Aber so bekommen wir hier wenigstens noch ein bisschen besseren Lohn. Stapel über Laufbehälter. Aha. Oh, Stufenaufstieg. Oh, den Punkt sollten wir gleich verteilen. Sollten wir machen. Echt schade, dass wir die Pestilienz nicht upgraden konnten. Da muss ich mich nochmal genau schlauer machen. Aber wir sind ja ein Stückchen weiter gekommen. Wir hätten die Pestilienz hier gut gebrauchen können. Sind da noch welche? Ne, ne? So, Uhr. Uhr, Uhr, Uhr. Wir haben einen Punkt bekommen hier. Für die Fertigkeiten. Mehr Power für Geschützi. Punkt hinzufügen. Und, äh, nochmal bestätigen, ne? Warum nochmal doppelt bestätigen? Das ist schon so ein bisschen komisch, ne? Aber naja, ich will mich nicht beschweren. Alles cool. Ja, wir können weitermachen. Es sei denn, wir probieren mal was, was ihr mir vorgeschlagen habt. Aber da müsste ich mich auch wieder umgewöhnen. Naja, im schlimmsten Fall mache ich es einfach wieder rückgängig. Und zwar, damit wir hier nicht so lange brauchen, um effektiv zielen zu können. Weil es dauert ja immer, immer eine ganz schöne Weile, bis wir hier im Schussmodus sind quasi. Wobei, so lang ist es nur auch nicht. Aber ich probiere mal was. Ich bin ja nicht beratungsresistent. Und, ähm, also nicht, nicht allzu sehr. Naja, und vielleicht können wir ja noch ein bisschen was hier rausholen. Optimale Reichweite. Das ist doch auch so ein halber Sniper-Modus hier, ne? Optimale Reichweite. Aber wir gucken halt nicht mehr weiter. Das macht ja auch wenig Sinn. Wie wäre es denn mit, 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 mit? Kopfschusschaden extra? Ne, das ist, das ist auf jeden Fall so ein richtiges Sniper-Visier. Ich will ja was Schnelles haben. Damit wir aus der Third Person ballern können. Präzision Waffenhandling. Chance auf kritische Treffer. Oh ja, das Teil hier. Und damit haben wir zumindest immer noch eine 3,4-fache Vergrößerung. Ich probiere mich mal mit der Zieloptik C79. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber ich glaube, ne? Aber es dauert ungefähr genauso lange, bis er dann wirklich das Fadenkreuz mittig hat, wie mit dem anderen, wie sie. Aber wie gesagt, ich probiere mich mal. Na, ist hier eine Tasche? Oder vielleicht Muni? Irgendwas in die Richtung. Damit wir nicht leer laufen. Wir schützen sie es am Start. Wir können weitermachen. Muni, Muni, Muni. Oh, oh, oh. Das wird schwierig. Das wird eine richtige Herausforderung. Schön die Augen offen halten. Nach blauen Kisten. Spezial-Muni wäre auch nicht verkehrt. Oh, oh, oh. Das wird schwierig. Vor allem ohne Muni. Wenn jetzt hier nicht irgendwo mal langsam eine Muni-Kiste auftaucht. Da durch bitte. Genau. Aber da wird schon noch eine kommen. Im schlimmsten Fall haben wir immer noch unseren Revolver mit unendlich Munition. Können wir? Ich glaube ja. Endlich. Finally. Geil. Den Bunker durchsuchen. Ja, das ist verdammt lange her, dass wir hier waren. Dunkel. Dunkel erinnere ich mich an die Gegner hier. Aber das sind ja diesmal die Blacktask. Aber ich meine jetzt die die Gegnerverteilung eigentlich. Von da oben vielleicht. Warum nicht? Hoch da. Hoch da. Aber super Stealthy bitte. Geschützi platzieren. Und zwar da drüben. Granate. Und Scharf schützt sie. Das fühlt sich ganz anders an gerade. Ganz anders. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber es ging eigentlich ganz gut gerade, ne? Da ist noch einer. Oh. Sauber. Sehr schön. Na? Oh oh. Boah. Man muss schon sehr genau ziehen, wenn es nicht allzu groß ist. Oh oh. Oh oh. Drohne. Drohne. Aber ist das Fahnenkreuz wieder kleines, ne? Das dauert ganz schön lange. Oh oh. Wiederbelebungsdrohne. Nein, nein, nein. Stopp. 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 Ja, es ist okay. Es ist okay. Aber. Naja, vielleicht habe ich ja noch ein bisschen. Ein bisschen Eingewöhnung nötig. Na. Pff. Uh. Der beschießt ihn mit Energie. Was für eine Frechheit. Weg. Weg. Randa. Okay. Ich sehe nichts. Ungünstig. Ungünstig. Na komm. Okay. Das geht hier doch ein bisschen schneller. Wenn ich nachgeladen habe. Das raus. Rausgucken und schießen. So ein ganz klein bisschen. Ja. Auf jeden Fall. Doch, doch. Ich glaube, es liegt wirklich nur in der Eingewöhnung. Mal gucken. Mal gucken. Wenn nicht, machen wir Sniper only. Nur noch Snipergewehre auf Slot 1 und auf Slot 2. Einmal ein kurzes Visier. Einmal ein langes Visier. Oh oh. Oh oh. Vergiss es. Oh du Penela, du. Du Penela. Einglück, die Todesbrauen, ne? Die hat uns den Popo gerettet. Oh 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 oh. Vorsichtig. Der hat zwei Drohnen, ne? Ja, sehr kritisch. Oh komm, ey. Na. Na, 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 na. Vorsichtig. Oh 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 oh. Oh Schande, ich sehe nichts. Drohne. Granate. Nadine. Na, na. Oh, komm echt. Vorsichtig, vorsichtig. Geschütze gleich wieder setzen. Geschütze. Irgendwohin. Irgendwohin. Boom. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh natürlich. Killerroboter aus der Hölle. Granada. Fast, fast. Den Resten machen wir aber so. Das hat lange gedauert. Das verstehe ich nicht. Warum da der Fokus so lange dauert. Gut, wir haben es. Nice. Nice, nice, nice. Ne, da oben ist noch einer. Brenne du mieser Scharfschütze. Dich kann keiner leiden. Niemand. Und noch weniger als den Bauschau-Midioten. Den haben wir auch schon lange nicht mehr getroffen, ne? Schon sehr lange nicht mehr. Ich hoffe auf eine Munitionskiste. Geschütze einpacken, nicht vergessen. Springen. Kiste, Kiste, Kiste. Oh, Medikit. Gott sei Dank. Download abgeschlossen. Oh, Sie haben tausende beschädigte Daten der Shade-Netzwerk-Server gesammelt. Ich wusste gar nicht, dass die Black Tasks so versiert in IT-Forensik sind. Ja, strange, ne? Kommt noch noch mehr? Angriff überleben. Von wo? Ach ja, die werden ja nicht mehr angezeigt. Ganz vergessen. Ich habe ganz die andere Direktive vergessen. Na. Ich habe einen roten Kronenstock entdeckt. Okay, sehr schön. Na. Es fehlt natürlich der extrem hohe Kopfschusschaden, den wir sonst mit dem anderen Visier verteilen können. Müssen wir mal wirklich empirisch ausprobieren. Wie wir das alles kompensieren können. Schande, keine Muni mehr. Nein! Nein, nein, nein. Wir müssen ran. Oh, 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 oh. Ein Killer-Gnu. Kommt schon. Ja, ja, ja. So schnell kann es gehen. Explodiere, du Mistviech. Oh, oh. Granate. Wir müssen ran. Mit der Todesbrot haben wir keine Distanz. In die Ecke. Ecke, Ecke, Ecke. Wo sind die? Da hinten. Okay, da kommt der nächste Roboter. Sehr schön. Klasse. Den Bunker weiter durchsuchen. Und auf Munition hoffen. Die kann hier nicht mehr weit weg sein. Die müsste gleich wieder kommen. Ansonsten laufe ich zurück. Ernsthaft. Und Geschütze regelmäßig platzieren. Da, Muni, endlich. Endlich, endlich, endlich. Jo. Vielleicht direkt nachladen. Ja, ist auch eine gute Idee. Puh, durchatmen. Oh, hier geht es gleich wieder los. Geschütze hoch platzieren. Granate. Und Scharfschütze, ne? Wo ist dein Kopf? Wo ist dein Kopf, Mann? Nicht vergessen, hier sind auch oben welche, ne? Aua, das tut weh, ne? Von der eigenen Drohne erwischt. Ja, meine noch nicht. Aber das kann nicht mehr lange dauern. Cool. Sehr schön. Ich brauche bessere Weckung. Ich brauche bessere Weckung. Zurück. Greife an. Dankeschön. Okay, okay, okay. Loot einsammeln. Da kommt noch einer, ne? Von wo? Ah, da oben. Oh nein, der belebt die alle wieder. Das hasse ich wie die Päs. Komme ich da hin mit einer Granate? Vielleicht? Eventuell? Also halb, ne? Ja, das kann deine hässliche Wiederbelebungsdrohne oder, naja, deine Wiederbelebungs-Nano-Roboter auch nicht widerrichten. Aber du selber, ne? Stimmt, du mieser Hund, du. Du mieser Hund, komm raus! Es ist halt doch ungewohnt, gerade auf die Distanz jetzt ist das schon schwierig, einen vernünftigen Headshot zu setzen. Aber es geht schneller. Aber wir machen weniger Kopfschusschaden, hat alles so seine Vor- und Nachteile. Er will nicht rauskommen, ne? Er will und will und will nicht rauskommen. 20 Sekunden-Cooldown für Geschützi. N-n-n-n-n. Jetzt! N-n-n. Es ist zu weit weg. Es ist zu klein. Und der Bildschirm, naja, nicht groß genug. Oh, der belebt die alle wieder, ne? Will er zumindest. Kann ich hier gerade Teile wechseln? Geht das überhaupt? Geht gleich weiter! Medic, da oben. Geht gleich... Ne, geht nicht. Okay, irgendwie. Wollte das gerade nicht laden. Ne, mache ich nicht. Mache ich nicht. Fühlt sich echt ungewohnt an. Und gerade diese Situation hat mir das gezeigt. Nein, keine Granaten mehr! Im Granatwerfer. Oh, oh, stopp! Vorsichtig! Vorsichtig! Ekel! Ekel-Drohnen! Ja, das ist nicht so wirklich... Nicht so wirklich Sniper! Ah, geh weg! Das ist nicht so richtig Sniper! Geschützi! Oh! Das hat mich gerade echt übermannt. Ich stehe auch echt ungünstig, ne? Wegen dem da oben. Komm, 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 komm! Meine Güte! Drohner gestartet. Jetzt kommt schon wieder Drohnen. Oh, 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 oh! Verloren! Agent getötet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017